Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh, cool. Warum hängt das so an? I want to die! Okay. Das ist aber ne interessante Yoga-Pose, Alter. Warum hat der... Was ist... Wieso steht der Spaghetti-Teller auf dem Stuhl und leere Teller auf dem Tisch? What? Okay. Oh Was sind Frachen in einem Tod Was läuft mit ihm falsch? Oh, oh. Stellt euch mal vor. Oh mein Gott. Stellt euch mal vor, es hätte statt Corona so ein Virus geben. Alle würden draußen so rumlaufen. Zwei Wochen lang. Vielleicht auch vier. Bis sie wieder geheilt sind. Das Fangloch hört sich auch falsch an, Alter. Sie sind alle los, Alter. Mama mia. Das wird aber dann ein interessantes Spiel, wenn die dort nicht spielen wollen. Oh, hey Leute. Wollt ihr mit uns spielen? Oh, seid ihr hier, um meine Yu-Gi-Oh!-Kollektion zu sehen? Er ist Krishula, der Bergen des Eisbarriers. Er ist jetzt mein rarste Karte. Stab hier. Oh, seid ihr wirklich sehr interessiert? Oh, hier ist mein Binder, den ich für alle... Ah, nein! Stopp! Meeeeee! Ich habe mich nicht... Ist das jetzt ein Zombie-Virus oder was geht hier ab? Ich glaube, es ist das Beste, Mann. Wenn du die ja nicht mal berühren darfst, dann... Okay, man darf sie anscheinend berühren. Äh, wie infizieren die die dann? Und genau wie so ein Zombie, der steht wieder auf, wenn man ihn nicht richtig tötet. Zum Beispiel, wenn man einen Zombie nicht unbrauchbar macht, die sind ja schon tot. Mumbles Stromlox्out! Wir alle gehen euch die! Wir werden die auf dem D arabergen. Wih! No! M overtime! No problem... Die Türen sind aber auch gut gewachsen, Alter. in heaven they were cool I guess and now they're going to die rest in spaghetti peace out bitches oh I will be the last dude alive and then all the bitches will have to reproduce with me Bob you are a freaking genius now it's time to Oh mein gott die sind ja alle komplett Hinter der Tür ist ja gar nichts Warum gehen sie nicht einfach in die Welt von Bowser da in die Oh, you don't want to come up here too many tapos zombies James guys, can you please don't want me come I'm trying to read Fettkräfte Fettkräfte Oh mein Gott, was geht hier ab? Oh shit Wow I did it Luigi, kann Bob nicht eigentlich eh fliegen, Mann? I did it Ja toll, jetzt haben sie aber keine Tür mehr, um die da aufzuhalten, die da gerade hochkommt Wahnsinn Noo 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 Holy shit chill out bro Please I still have so many bitches to love and money to earn F*** you Bury me in women Bury me in women BITCH Hast du das Hast du das, Baby? Ich will ja jetzt mal eine App mit Pilze Das sind aber auch eine Pilze, Alter Oh Oh, man wird das bei Corona nicht so hinbekommen Das kann ich mir vorstellen. Ich bin die Prinzessin. Jetzt mal ehrlich, wer frisst denn so einen Pilz freiwillig, Alter? Ja, eigentlich dumme Frage von mir. Das war auch mies, so ein Lied an der Pilz, als ich den bei Super Mario Bros. zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, cool, ein neues Power-Up-Hüpfe rein, tot. Super, danke. Voll der Prank, Mann. Ja, kauf den auch von... Oh, it's just you, Waluigi. How's it going there, bud? Oh, nice one you got there, too. Also, da würde ich erst recht nicht essen, Alter. Und ich dachte schon immer, Mario ist blöd. Was very good scout today. Sorry about that, fellas. Ha 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 ha. Ha. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Kann ich nachvollziehen? Hey, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Yahoo! Hey, I got a great idea! Now that that's all over, who wants to check out my Yu-Gi-Oh! Collection? Der arme Kinder will mit den Yu-Gi-Oh! spielen. Dass der Heli nicht abstürzt, wundert mich aber. Na ja, gerade fliehen Kanonen nicht mehr. Das war ja ne verrückte Frage, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Outro Outro